Ja, der DAX 30 hier im Tick-Chart, also im Wochen-Chart, um einfach den Überblick ein bisschen zu behalten. Also was anderes wie im Wochen-Chart tue ich mir fast schon gar nicht mehr an, weil wenn ich hier zum Beispiel im Tages-Chart gehe, dann sieht das Ganze einfach nur noch schwarz aus. Man möchte dann einfach sozusagen noch davonlaufen. Also hier im Wochen-Chart sieht man eben, dass wir hier eben tatsächlich, also ihr wisst, bei meinem letzten Video habe ich dieses Quadrat hier eingezeichnet. Jetzt habe ich es aus Versehen nach oben. Es ist ja auch völlig egal, wo es genau ist. Auf jeden Fall, das hier ist eine Wienerstandszone und wir sind tatsächlich fast bis 9000 noch runtergekraxelt. Das letzte Mal, wie ich das Video gedreht habe, vor ein paar Stunden, da waren wir noch auf dem Weg von 10 nach 9500. Ja, ich möchte das Wort Bodenbildung gar nicht in den Mund nehmen. Jetzt habe ich es aber trotzdem in den Mund genommen, weil dieses Wort wahrscheinlich auch in diesem Video als Überschrift vorkommen wird. Ich bin, obwohl es hier eine relativ massive Widerstandszone gibt, ja, und da mag mir jeder Charttechniker beipflichten, der letztendlich hier von 2013 bis 2015, also über ein Jahr hinweg und dann hier nochmals über ein Jahr hinweg sozusagen sich hier entwickelt hat. Die geht aber auch in ihren extremen bis runter nach 8500, ja, das hat man auch nicht vergessen. Und theoretisch wäre das jetzt sozusagen die Möglichkeit für eine Bodenbildung, dass wir hier mal wieder sozusagen weniger Volatilität sehen, auch auf der einen Seite. Und dass sich hier so etwas Ähnliches ausbildet, wie wir es eben je gesehen haben oder hier gesehen haben, ja. Wohlgemerkt, die Zeiteinheit, ja, es ist eine Woche und dieser ganze Zeitraum hier ist ein Jahr, ja. Das heißt, wenn das eine Bodenbildung werden sollte, dann kann das ein Jahr lang dauern, dass das wieder rauf geht, ja. Ja, nur vorausgesetzt, das wird jetzt eine Bodenbildung bei 9000, ja, um die 9000, also ob das jetzt 8500, 8500, 9500, so um den Dreh herum. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das aber so kommen wird. Ich sehe einfach viel zu viele Dinge im System und die einfach überhaupt gar nicht stimmen, schon eine ganze Zeit lang nicht und das entlädt sich eben jetzt. Ich sehe jetzt zum Beispiel auch den letzten Bericht von einem Experten, den Florian Homm, der sich natürlich hier jahrzehntelang schon beschäftigt hat mit diesen Branchen wie jetzt Ölbranche und das alles, ja. Eine der mächtigsten Branchen überhaupt nach wie vor. Ich habe mich heute erst wieder mit einem unterhalten aus der Autobranche, ein längeres Gespräch geführt, den werde ich demnächst auch im Podcast vorstellen, also ich werde jetzt auch im Podcast machen. Und der hat mir gesagt, also hört euch dann besser in dem Podcast an, weil der hat wirklich Ahnung. Und der ist der Alexander Unverdorben und der sagt, dass es noch ganz, ganz lange wir vom Öl auch abhängig sein werden, selbst wenn es Autos jetzt irgendwie elektrisch werden teilweise, dann auch nur teilweise. Und diese ganze Landwirtschaft, ja, also die ganzen Dieselmotoren, die wir überall sonst noch verwenden, ja, das wird noch lange, lange, lange werden wir Diesel brauchen. Also von daher, ja, wahrscheinlich auch da noch mal ein anderes Thema. Also ich bin auch jetzt im Kopf, ganz ehrlich, ein bisschen gestresst durch die ganzen Geschehnisse, weil ich habe ja auch noch andere Sachen, die ich mache, ja, also mich mit Börsen zu beschäftigen, den ganzen Tag. Und ich habe auch kein Team von Leuten, die für mich das tun, ja, also das muss ich alles selber machen. Ich sehe hier auf jeden Fall diese drei Stufen, die ich auch heute Vormittag schon eingezeichnet habe oder heute Nachmittag, ja, das heißt, ich wäre mir mal nicht ganz so sicher, ob das jetzt tatsächlich dann letztendlich wieder so eine Bodenbildung wird wie hier. Ich würde sagen, die Chancen stehen eventuell 50-50, aber im besten Falle. Denn das, was jetzt alles passiert, hat eventuell noch weitreichendere Folgen, ja, ich verlinke euch ja mal das letzte Video von Florian Homm unten nochmal, wo er auch gesagt hat, Es sind ja irgendwie 13% sämtlicher Anleihen, des gesamten Anleihenmarktes, ist gefährdet, allein schon, wenn die Fracking-Industrie pleite geht oder ein Teil davon, ja, was ja letztendlich das Ziel von diesem ganzen Ölkrieg jetzt ist, ja. Und dass da eine strategische Komponente dahinter ist, da brauchen wir uns keine Frage stellen, ob das so ist, das ist immer so, also Strategie ist immer mit im Spiel, ja, selbst wenn dein Kollege deinem Chef in den Arsch reinkriecht, ja, weil er vielleicht deinen Job will, dann ist da auch Strategie dahinter, ja. Hinter allem ist Strategie und es hat nichts mit Verschwörungstheorien zu tun, dass sich Russland mit China relativ gut versteht, ist ja auch kein Geheimnis zum Beispiel, ja. Also die wollen ja ihre eigene Börse machen, ihre eigene Währung machen am liebsten, kaufen ja schon seit Ewigkeiten Gold auf in Massen, um das vielleicht als Fundament dann zu nutzen, das ist ja alles kein Spuk oder so, ja, das ist ja Realität. Und das ist ja, ja, letztendlich auch, letztendlich relativ logisch auch, ja, bei den ganzen Aggressionen, die da halt auch stattgefunden haben in die Richtung, ja, in den letzten, also ich erinnere mich immer nur an die Freundin, die ich hatte von Donetsk, ja, und die Stadt gab es dann plötzlich nicht mehr, ja. Ja, ja, okay, auf jeden Fall, wir könnten hier jetzt einfach hier nochmal schauen, also während wir uns hier unterhalten, kriegt der DAX eben in Richtung 9000 sozusagen. Eine technische Gegenreaktion wäre die eigentlich logische Schlussfolgerung bezüglich der Chart-Technik hier, ja. Ich bin mir nicht mal sicher, ob die kommen wird, denn die haben wir hier schon erwartet, die haben wir hier schon erwartet und da ist kaum was passiert, ja. Ja, und von daher, ich habe heute ein leichtes Plus, weil ich eben im DAX Short gegangen bin mit, also den habe ich die Position, die ich schon hatte, habe ich nochmal ausgebaut. Mein Volavix entwickelt sich prima, ja, sind zwar nur ein paar hundert Euro, aber hat sich mehr als verdoppelt. Also, dass ich wenigstens, ich bin jetzt so aufgestellt, dass ich wenigstens keine Verluste mehr mache, wenn das Ding nochmal 1000 oder 2000 Punkte runterläuft, ja. Und wenn es eben wieder rauf geht, dann mache ich auch keine Verluste oder Gewinne, ja. So lange, bis sich das Ganze halt wieder ein bisschen beruhigt hat und, also wenn es jetzt weiter runter geht, mache ich vielleicht sogar leichte Gewinne. Wenn es dann wieder rauf gehen soll, dann muss ich halt meine Short-Positionen auflösen. Ja, okay, dann, wir reden hier nur von Kleinstbeträgen, ja, den Resten habe ich Cash in der Tash und da kann mich auch mal die ganze Börse am Arsch lecken, muss ich ganz ehrlich auch mal so sagen. Dafür habe ich einfach zu viel Blut, also Blut geschwitzt, ja, um meine Kohle mir zu verdienen. Ich habe da kein Heer von Heinzelmännchen, die für mich arbeiten, sodass ich mich Unternehmer nennen darf, sondern ich habe das meiste, habe ich seit mir selber arbeiten müssen. Und da ist mir dann auch egal, was, wo da irgendwelche Wahrscheinlichkeiten sind, dann, weil es gibt viele Dinge, die ich tun kann mit Geld, ja. Also ich muss nicht unbedingt an der Börse investieren. Ja, okay, ich könnte zum Beispiel auch mal eine coole Woche in Budapest, das ist auch ein tolles Investment, ja. Ja, da hat man auch was davon. Okay, ansonsten schauen wir mal, wie die Reise weitergeht und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif. Diejenigen von euch, die besitzt Schwartbahn oder so, die haben gut verdient, haben zumindest mal ausgeglichen alles. Diejenigen, die Buy and Hold sind, ich wünsche euch ein sehr, sehr gutes Einkommen, einen sehr, sehr guten Cashflow und dass der nicht wegbricht, ja. Nicht, dass ihr jetzt hier so fleißig Buy and Hold gemacht habt, ja, auf einer Basiskalkulation, dass ihr immer wieder schön nachkauft. Und plötzlich gibt es irgendwie dann Abschwünge, Rezessionen oder sonstigen Fälle, Franz, und diese Cashflows, die ihr habt, fallen dann plötzlich weg, weil die Leute keine Kohle mehr haben. Tja, dann bist du Buy and Hold, dann sind die Kurse am Boden und du könntest richtig schön einkaufen, hast aber dann keinen Cashflow mehr und musst dann vielleicht sogar eventuell wieder verkaufen. Also, ich weiß nicht, wer hat, also Cash ist auch nicht immer was, was sozusagen einfach selbstverständlich immer wieder fließt, ja. Selbst für Immobilieninvestoren mit Miete und so weiter, auch da könnte es mal Probleme geben. Die sind vielleicht noch am safesten, aber es kommt auch wieder drauf an, wo du bist. Also, das ist jetzt auch, was ich noch abschließend sagen möchte, das ist auch keine Korrektur mehr. Korrektur war alles bis 11.500, ja, bis 11.000 noch. Das war alles Korrektur, das ist mittlerweile keine Korrektur mehr, ja, das ist ein fucking Crash, ja. Und deswegen habe ich auch teilweise meine Meinungen geändert, ja. Bis vor ein, zwei Wochen war das noch eine Korrektur, jetzt ist es aber definitiv ein Crash. Und dann mache ich andere Dinge als eine Korrektur, meine Meinung dazu. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.